Hallo und herzlich Willkommen zu einem Let's Play der Feinrad Feinrad Genau, wir sind nämlich heute als GTMs unterwegs Mit dabei, habt ihr schon gehört, ist Patulai Der King alias der Chef alias der Boss Genau, hallo Patulai, ich grüß dich Und natürlich haben wir noch mehrere Leute mit dabei, die wir eigentlich auch berüßen sollten und zwar viele aus dem GTM Platoon, also eigentlich ein Community Battle ist es Also ich habe jetzt irgendwie ein, oh danke FBS, du bist der Beste Ja, der Christian Plays zum Beispiel dabei, die Frühlingsrolle, der FBS Wer ist noch dabei? Ähm, wer ist noch mit dabei? Der Gamecube sollte mit dabei sein Ist er mit dabei? Super, äh, Sarten Supercook ist auch mit dabei Und ähm, noch ein anderer, aber der ist noch nicht drin auf dem Server Ja, wissen ganz viele Leute, habt ihr gehört Erstmal hoffe ich, dass wir es alle in einen PS schaffen Dann wird bestimmt noch spannender, aber so ist bestimmt auch Ja, ist lustig Hat es bis jetzt auf meinem Kanal noch nicht gegeben Und da kommt schon die erste wichtige Frage im Let's Play Patulai, wo hast du dir nicht mal deinen Server bieten? Ja, das wollte ich, tatsächlich Aber ich kam noch nicht dazu So Also Ich glaube, wir müssen was tun, sonst blamieren wir uns Ähm, ich bin der Squad Leader wieder mal Das war eine scheiße Idee Ich werde schon gestern Nein, es war nicht bei mir, es war nicht bei mir Nein, es ist Nein auf dem Dach Ja, auf dem Hangar Habe ihn getroffen Er hat ihn auch getroffen Er hat mich, aber ich habe ihn auch Nein Ah, ich meine, nice Scheiße, ich hab die Pssst, pssst, das habe ich nie gesagt Scheiße So nochmal bei dir Und ich habe noch Ich habe mir vorgenommen, dass ich mich nicht mit Ähm Ja, mit einem Quatschen blamiere Und habe es gleich am Anfang gemacht Scheiße Scheiße So 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 meine Freunde So meine Freunde Ich habe mich nicht mit dem Fall aus hier Wo, wo andere Dankeschön Ich spawn bei dir, Patelai Heli Ja, Heli Nein, wie knapp Nein, wie knapp Was hätte ich bei dir spawnen, Patelai Sterbe ich nur Nur so, damit du Ja, vielleicht ist es ja gewollt, Grace Würdest du mir wirklich sowas antun? Oh, 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 oh Klar Boah, die SW40 Einfach heftig Ah, Dig Parl Oh, tank Oh, oh, oh Hier ist tank Also der, der fette Tank, der ist fast tot also der kampfpanzer Ich nehme dich mit komm zu mir komm zu mir mein freund Oder tank der brake da Der macht eine auf brake tänzer Ich hab den gekillt Schnell raus, schnell raus Zieh doch schneller Oh mein Gott, überlebt man Easy, oh shit Jetzt muss raus Nee, nee Vertraue mir doch mal, Partei Ach so Gute Ausrede Rate mal, was mich gekillt hat Äh, praktisch unser Nee, war kein Commander Es war der Bomber, der hat praktisch Unsere ganzen Squad ... gekillt WoopC4 Bike Oh Wohin? Wohin? Der büytım Der wasp Ich bin tot Ich bin tot Warum immer ich? Warum immer der geilste Ich lebe doch doch Nee, ich meine der... Nicht der gefakte Geist, sondern der geilste der geilsten. Oh 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 oh. Es wird abgehen. Denn dabei... F ist einer. Oh mein Gott. Warum spawn ich immer bei dir? Alter, der Tank nervt. Ja, der hat mich getrennt. Da kommt noch ein Heli. Ja, da geht's ab. Ich glaube, der sieht mich nicht. Oh, Hitze, Hitze, Hitze. Oh, da ist einer. Den snipe ich weg. Ich spawne bei... Bei wem bin ich jetzt gespawnt? Beim Tod. Beweg dich doch nicht. Yes! Der ist tot. Der ist einfach tot. Soll ich nehmen mal den Tank mit? Oder besser gesagt, Christian nimmt den Tank. Das war einfach mit. Du fast... Ah, oh. Ähm... Frühlingsrolle? Sorry, aber... Oh mein Gott, ich bin lebensmüde. Aber geil. Ich hab's überlebt. Hey, Leute, wir müssen was einnehmen. Wisst ihr das? Das ist so das Prinzip von Conquest. Oh. Ich bin der im Einnehmen. Ich nehme jetzt... Ach, du Scheiße. Da ist ja einer. Pack der hat mich. Ich schreib'n Tank von einem Meter nicht. Ja, der Tommy. Ich bin dort. Tommy Trucker. Fuck, ich hab noch Active Friday. Radar... äh... Active... Raketen. Active Friday. Bist du der Active Friday? Ähm... Bei wem soll ich jetzt spawnen, Paddlei? Feindlicher Jet down. Wir verlieren B. Fuck. Feindlicher Heli fast down. Ähm... Ich bin bei... B. Wie? Ach, da ist der Gegner. Oh, oh. Ich bin tot. Ja. Ich bin tot. Noch ein Get Down. Äh... Wir failen zu fest. Ich glaube, das... Liegt an dir. Hallo, ich bin besser als du. Ja, eben. Das ist ja schon alles. Nee, Spaß, Paddler ist gut. Er ist geil, er ist der Boss, er ist der King. Habt ihr schon am Anfang gehört? Ja. Ja. Oh, nein. Ich... Irgendwie sehe ich hier nur Tanks. Und der Christian, der macht irgendwie hier nur... Selbstmords... Aktionen. Jetzt müsste ich voll lang überlegen, was ich sagen sollte. So. Wir nehmen B ein. Äh, D. Oh, danke Christian. Ja, zu... So, weißer gespawnt, frühlings... Frühlingsrolle. Das überlebe ich nicht. Doch, hab's überlebt. Promote, 110. Nice. Was andere in zwei Wochen erreichen, brauch ich, äh... Piermonasee, oder noch mehr. Aber das schafft nicht jeder. Ey, das ist auch skill. Natürlich ist das skill, ich sag ja nichts. So, jetzt, 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 jetzt. Jetzt haben wir die. Jetzt können sie unsere... ...Ärsche... ...von weitem anschauen. Okay. Folieren geht auch. Woho. Heli down. Oh mein Goooott. Ein Ball kommt auf mich zu. Hohoho. Oh mein Gott. Wie ich den getroffen habe. So, da ist der Heli. Bist du nur noch ein Jet? Partei, Partei, Partei. Oho. Sieben Sekunden. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Geschafft. Nein, doch nicht. Fuck. Also, bist du jetzt gestorben, weil du... ...ausser... Genau. Okay. Du bist ein Noob. Weisst du das? So, ich bring mal ein Tank mit. Äh, ich dachte schon, das wärst du, aber das ist der Gegner-Tank. Abdullah Al-Raisi. Wo war der Tank? Der war bei... Bei C war er. Bei Charlie. Tank down. Wo, anderer Tank? What the fuck? Wissen der? Der ist... Nee, da ist kein anderer Tank. Du hast einen Zivir-Boy hinter dir. Oder über dir. Oh, dankeschön. Da, hier im Ecken. Im Ecken. Der schießt. Oh, ich hab bombardiert. Hab den... Hab den... War ja seine Reparatur. Jo, komme. Nene, nene, kawasch. Nene, nene, kawasch, yeah. Nein, 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 nein. Wo ist denn der da? Hebt er noch? Wer? Oder was? Schon da. Der müsste... Nee, der ist tot. So, wir gehen am besten gleich zu... Oh, da kommt ein Tank, 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 Tank. Boah, das überlebe ich nicht. Wo ist der Tank? Ähm, auf der Wüste. Was? Nee, der ist jetzt zurückgefahren zu D. Der kommt von D. Richtung... C. So. Habe ihn? Wo? Jetzt habe ich ihn. Wo? Boah, ich komme in den Bergen. Oh, hier ist er. So. Ich werde repariert von Frühlingsrolle. Dankeschön. Und da ist irgendwie ein Bike... Ja, Chris, ja, ich weiß... Deine Selbstmordbestände. Ihr Junge. Alter, was ist denn das? Ach so, das war einer... Nee, war es doch nicht. Badelei, ich glaube, wir müssen unsere Skills auspacken. Hast du die Tasche mit dabei? Es wird Zeit, den Bildschirm einzuschalten. Ach so. Ja, ich... Willst du es dann haben? Nee, nee. Ich... Ich dachte... Ich habe noch nicht die Maus eingesteckt. Das sollte ich sagen. Ich habe nur mit der Tastatur gespielt. Bis jetzt. Und niemand hat es gemerkt. Kannst du das, Badelei? Leider nicht. Drehst du den Bike, Boy? Wow, nice. Ich würde mal sagen, up to day. Siehst du diese Brücke hier? Die wird viel zu selten benutzt. Die ist eigentlich... Ich habe ja gedacht, wir haben ein bisschen Bikes. Oh, Heli, 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 Heli. Wollte ich gerade sagen. Hey, warum kann ich? Ja, der Heli, der war fiest uns. Fuck, ich konnte die spawnen weg nicht mehr. Ah, nimm, Bomber! Einen Bomber da. Wenn der Bomber frei ist, dann geht man auch hinein. Oh, der gehört uns. haha ich bin im bomber außen bei die da wo der bomber ist ist ein gegner nur so damit ihr auch ja nicht weint wenn ihr stirbt 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 so wo ich habe ja die kurs müssen hier ich habe den tank oh mein gott mit der cruise missile fast schon vergewaltigt jetzt die zweite salve habe ich voll versaut bedankt die späte aber das warst du das warst du gar nicht sorry es war frühlingsrolle natürlich wo bist du ach so ich dachte dass wir immer die 25 gewesen das war biologie ja stimmt die kassettenschule ach man das war eine scheiß zeit weil sie gar nicht gegeben hat freunde der nacht wir müssen was tun die haben wieder mehr tipp flaggen als wir ich hole dich jetzt ab ich habe ich hole jetzt ab ich wurde raus gesnippt und das von einer entfernung der chatte hatte fast jetzt sich selbst gekillt nein ich treffe den tank nicht getroffen du scheiß nur jetzt wiederbelebt frühlingsrolle du geiles alles aufwand alles aufwand frühlingsrolle nein ich wollte doch einsteigen nutzt das feuer als deckung als ich hör' nur aus nein ja geht mir auch so übernehmen wir das noch ich sterbe niemals ich bin tot ja größer wurde erster hauptsache das ja der beta-scores war noch der typ der noch nach der noch am nachjoinen war oh mein gott level 110 ich freak ich freak was bin ich ich sehe es jetzt nicht wegen dem chat mach ich aus 115 ich bin noch mehr freak ja das war es mit der ersten community battle folge das war silk road mit dem äh patulai a.k.a. boss a.k.a. chef a.k.a. king und was sonst noch hast du gehört wir sehen uns bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.